Also zuallererst muss ich mich entschuldigen, dass ich jetzt hier so auf der Couch liege. Ich bin im Krankenstand. Oh nein, das heißt? Das heißt, dass mir seit zwei Tagen aus unerklärlichen Gründen schwindelig ist. Und Schwindel ist was, das ist mir ein bisschen neu. Das habe ich eigentlich nie. Und ich bin verwirrt, wo das herkommt. Ich kann mir das nicht erklären. Hast du mal deinen Blutdruck gemessen? Wie macht man das? Entweder du kein Blutdruckmessgerät hast, gehst du in die Apotheke. Die machen das auch. Meine Apple Watch kann das auch, oder? Ja, ich denke auch. Wenn du eine Apple Watch hast, die müsste ja eigentlich, also ich habe keine, aber ich glaube, dass die fähig ist, das zu checken. Dann versuche ich das mal, weil gestern war das so schlimm, dass ich, also ich dachte mir so, irgendwie ist mir komisch, als wäre ich so, als hätte ich gekifft und es ist der Tag danach. Wo alles so ein bisschen zeitverzögert ist und alles hat so ein bisschen langsamer. Und dann bin ich zum Sport gegangen und beim Sport, ich musste echt abbrechen nach 20 Minuten, weil ich gedacht habe, ich falle vom Hocker beim Sport. Aber naja, das sind halt so die Gebrechen, die man im Alter bekommt. Herzlich willkommen bei Teufelsküche. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir an Teufelsküche. Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. Ich muss aber auch sagen, der Urlaub und die Zeit vom Podcast weg und jetzt wieder runterkommen von der Tour, das hat dir gut getan. Du bringst eine ganz frische Energie gerade mit. Inwiefern? Inwiefern? Du wirkst super positiv, du wirkst so happy gerade. Okay. Oh je, es ist genau das Gegenteil der Fall, oder was? Nee, ich bin eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin genauso wie immer. Ich habe das nicht mit diesem, das gibt es ja auch ganz oft, dass Follower irgendwie schreiben. Oh, du hast so einen besonderen Glow oder man merkt, wie gut es dir geht oder wie erholt du bist. Das schreiben vor allen Dingen Follower sehr, sehr oft, wenn ich irgendwie im Urlaub bin. Was die meisten Menschen aber vergessen, egal wie schön das ist, wenn ich im Urlaub bin, ich habe trotzdem immer im Hinterkopf ganz viel Gewusel, weil ich Businesses habe. Das heißt, im Urlaub muss ich auch trotzdem immer gucken, dass alles läuft, dass alle irgendwie gefüttert sind, dass alles bedient ist. Also ich habe nie so richtig eine Zeit, wo ich zu 100 Prozent abschalten kann. Das ist nun mal so, wenn man selbstständig ist. Das habe ich mir ja auch ausgesucht. Und ich glaube, das deuten viele einfach falsch. Also im Moment habe ich sehr, sehr viel zu tun, aber das macht mir alles Spaß wie immer. Und ich bin nicht ausgeglichener als während der Tour. Ah, okay, das finde ich interessant. Nein. Hätte ich jetzt schon gesagt. Ich glaube, weil einfach unsere letzte Aufnahme, weil die spätabends war, bevor du in den Urlaub gegangen bist, das war ja schon was, wo du sagst, oh, spätabends, oh, wie anstrengend. Ich bin halt auch, ich bin ja nicht immer zum Quatschen aufgelegt, weißt du? Aha, ja, das habe ich auch. Ich bin ja sehr, ich weiß nicht, ob das so eine Sensitivität ist. Das ist wie zum Beispiel, ich kann nicht immer Besuch haben. Im Sinne von, ich mag Besuch und jeder kann kommen, wie er möchte, nur ich kann Besuch nicht die ganze Zeit bespaßen. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Freundin hätte, die aus Hamburg hierhin käme, dann könnte ich das nicht eine Woche lang. Eine Woche lang, ich brauche ja auch viel Raum zum Denken und so. Ich bin nicht immer zum Quatschen aufgelegt. Aber das meine ich gar nicht böse, sondern ich bin ja sehr viel mit meinem eigenen Gehirn beschäftigt. Ja, da ist ja auch eine Menge zu verarbeiten. Da ist eine Menge zu verarbeiten. Oh ja, eine Menge. Sag mal, wie ging es dir die letzten zehn Tage? Wie war London? Ich habe ehrlich gesagt, London dieses Mal, also natürlich genauso genossen wie sonst auch. Ich fand es dieses Mal teurer als sonst, ich kann mir das gar nicht erklären. Also es ist ja wirklich so, dass wenn man irgendwie aus manchen Städten nach Hause kommt, dann fällt einem ja erstmal auf, wie preiswert unser Leben hier ist. Also die Deutschen, die ja immer nur am Meckern sind, dass alles teurer sind. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Ich will das natürlich auch gar nicht abstreiten, weil unsere Preise schießen selbstverständlich in die Höhe. Aber ich kann das nur betonen, wer viel rumkommt in dieser Welt, der merkt erstmal, dass wir nicht teuer sind im Vergleich zu anderen Ländern und Städten. Also wenn man in Deutschland wohnt und man ist irgendwie in London und man würde sich da einen Drink holen, unter 20 Pfund, genauso in Amerika, unter 20 Dollar, gibt es da halt nichts. Und auch Essen an für sich. Wir sind Mittagsessen gewesen, mittags bei einem sehr schönen kleinen Italiener. Das war nichts Herausragendes. Es war wirklich nur ein Lunch. Und ich hatte ein Getränk und ein Gericht und habe eine Rechnung bekommen von 55 Pfund, das sind ungefähr 60 Euro. Und habe auf die Quittung geguckt, ich war völlig überrascht, wie teuer das war. Da haben sie mir das Brot, was es vorher ja beim Italiener gibt, immer berechnet. Und diese drei Oliven, die auf dem Teller sind, da habe ich gesagt, nee, nee, that's unusual. Da habe ich gesagt, it's an Italian restaurant. It is unusual. Danach habe ich mich aber erstmal belehren lassen, dass das in Italien wohl gang und gäbe ist, dass man Brot und Oliven vorweg immer bezahlen muss. Okay, da können uns jetzt unsere italienischen Zuhörenden auf die Sprünge helfen. Das ist in Deutschland nicht so. Ich war gestern erst italienisch essen. Also in Deutschland kenne ich das auch nicht. Nein, das kriegst du als Geste vom Dachkurser Küche. Unverschämt. Ich fand es wirklich unverschämt. Und das sage ich echt selten. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, 60 Euro für ein Mittagessen, also das gibt es hier ja nicht. Also bei so einem kleinen Pups Italiener. Und das sind so Sachen, da macht man sich natürlich schon Gedanken, wenn du in so einer Stadt lebst, da kannst du dir nicht mal eben diese kleinen Marotten leisten, wie ich gehe mal schnell was zum Mittagessen, mal schnell einen Kaffee, mal schnell einen Lunch. Wie hier in Deutschland vor allen Dingen, wie bei mir hier auf dem Dorf. Das summiert sich. Da bist du ein Vermögenlos nach einem Jahr. Ohne Ende. Da kannst du dir eine Wohnung kaufen in Koblenz. Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Also wenn ich hier in eines der besten Steakhäuser gehe, die haben Mittagstisch in Koblenz. Da kriegst du für 13,40 Euro, kriegst du da ein Mittagsgericht. Noch 5 Euro obendrein für eine riesige XXL-Cola. Ich meine, und das ist eines der hervorragendsten Lokale, die wir hier haben, zur Lunchzeit. Also das hast du natürlich in solchen Städten nicht. Also allgemein, London, drei Tage London kosten mich so viel wie zehn Tage Mallorca. Mit der Unterkunft, mit dem Flug. Aber das ist ja Geld, das gut investiert ist. Das ist ja Geld für die Seele ausgegeben und eventuell für die Zukunft ausgegeben. Und jetzt wollen unsere Zuhörerinnen da draußen natürlich wissen, hast du ihn gefunden? Nein. Hast du deinen Mann gefunden? Ach, Nicolette. Es ist doch, es ist eine Farce. Es ist eine Charade, würde ich schon fast sagen. Eine Charade. Wir warten doch nur darauf. Hat Spaß gemacht, Speeddaten. Waren super Kerle mit dabei. Du hast ein Spice Girls T-Shirt an. Ja, für dich heute. Ich habe doch auch zwei Stück. Ich liebe die Spice Girls. Tanktop, das hat keine Arme, damit ich meine muskulösen Arme präsentieren kann. Aber gleichzeitig dachte ich mir, wenn das jemand wertschätzen kann, dieses Oberteil, dann du heute. Und deswegen habe ich mir das angezogen. Sind alle drauf? Alle fünf. Das ist eins der ersten Bilder. Das ist so ururalt. Ja. Da konnte Victoria noch lächeln. Ja, also ich, ja und damals hat man, nee, tatsächlich lächelt sie nicht. Sie guckt sehr ernst. Ich liebe das ja. Ich liebe das ja, ihre Attitude. Aber sie ist auch einfach eine tolle Frau. Victoria Beckham ist echt eine tolle Frau. Egal, London und die Männer. Erzähl. Ich habe da nichts zu erzählen. Das hat sich ja eigentlich schon damit erledigt. Speeddating war toll und ansonsten habe ich nicht den Mann meiner Herzen getroffen. Aber, lass uns mal über eine Sache reden. Ich habe ja drei Wochen, bevor ich nach London geflogen bin. Verlassen wir eine Kategorie? Ja, Dating. Ist das popkulturell? Nein, aber Popkultur können wir danach gerne noch machen. Machen wir danach, okay. Dating. Ich habe mir drei Wochen, bevor ich nach London geflogen bin, eine Dating-App installiert, die in London sehr, sehr viel benutzt wird. In Deutschland auch, aber in London ist es so das Tinder. Weil ich natürlich Vorarbeit leisten wollte. Hat diesmal nicht funktioniert. Habe auch extra Geld da reingesteckt, damit ich meinen Wohnort auf London ändern kann. Okay, bin nach London geflogen. Diese Dating-App hat nichts gebracht. Würde ich absetzen von der Steuer. Alles von der Steuer absetzen, weil das war ein Experiment, um im Podcast davon erzählen zu können. Und bei der Steuerprüfung, sagt der Finanzbeamte, haut er dir den Stein auf den Kopf. Das sage ich dir. Ist egal, ich würde diskutieren. Ich würde das erstmal absetzen. Ach so. Die Sache ist, wenn man ständig Dinge probiert, von der Steuer abzusetzen, fragt man sich bei einer Steuerprüfung, wie viele Diskussionen über wie viele Monate muss ich denn eigentlich hier führen, wie viel Energie habe ich dafür. Und wie viel kostet das dann eigentlich, diese Zeit? Ich plane das ja so, dass wenn ich eine Steuerprüfung habe und der Finanzbeamte oder die Wirtschaftsprüferin sagt, was ist mit Quittung Nummer 1,4,9, dass ich meinen Ordner 7 aufschlagen kann. Ja, wir kommen gleich zum Thema Ordner und sagen kann, das ist mit dieser Quittung, das und das habe ich damit gemacht. Hier geht es um den und den Fall. Also ich versuche ja wenig Angriffsfläche zu bieten. Zurück zum Thema. Bin aus London zurückgekommen, hatte diese Dating-App abonniert für 30 Euro im Monat, viel Geld. Und dann habe ich vergessen, sie zu kündigen, also hat sie sich automatisch um einen weiteren Monat verlängert. Das ist mir aufgefallen, nachdem ich sie drei Tage schon gelöscht hatte, habe ich gesehen, dass das gerade irgendwie eine Stunde, als ich sie gelöscht hatte, wieder abgebucht wurde. Weil löschen ist natürlich nicht Abonnement kündigen. Ja. Okay, habe ich gedacht, dann mache ich mal das Eigenexperiment und gucke mal, was hier so in Deutschland los ist. Das heißt, ich habe nach Jahren, nach Jahren der Dating-App-Abstinenz, nach Jahren, wo ich sage, Dating-Apps sind so gar nichts mein Ding, ich bin gar kein Typ dafür, habe ich mal wieder reingeschaut, was hier in meiner Gegend im Umkreis von 80 Kilometern los ist. 80 Kilometer ist aber auch ein großzügiger Rad, würde ich sagen. Großzügig. Muss ich, ich wohne auf dem Dorf. Ja, brauchst du. Ich bin auf dem Dorf, das musst du. Wenn ich in Köln, Frankfurt, Berlin leben würde, würden 20 reichen. Aber du bist ja schon im Elsass mit 80 Kilometern. Ja, hör mal, da bin ich schon in Kastellauen. Ach, die Franzosen, hol dir einen Franzosen. Wenn du den Rad dir schon zulässt, dann hol dir einen Franzosen. Ich bin ja hier, ich wohne ja irgendwo in Kansas und Kansas City und hier musst du schon ein bisschen größer den Radius einschlagen. Naja, ich habe mir das dann einen halben Tag lang angeguckt und das Ding gelöscht und sollen sie meine Kohle haben, verbraten. Ich kann das nicht, wirklich. Lass uns bitte mal über eine Sache sprechen. Ich würde gerne deine Meinung wissen. Gebe ich dir. Wir lassen, das Grobe lassen wir jetzt mal aus, wie schlecht wirklich Bilder in Dating-Apps sind, davon möchte ich gar nicht sprechen. Dass so viele Leute noch was zwischen den Zähnen haben, haben wir auch schon drüber gesprochen. Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, warum so viele Leute schlechte Zähne haben. Aber mein Problem ist, wenn sie angeben, was sie suchen auf einer Dating-App, da steht dann ganz oft, suche etwas langfristiges, Komma, offen für was kurzfristiges. Verstehe ich aber. Verstehe ich. Na, sag mal. Das ist mir sehr, also nicht geläufig, aber das kann ich nachvollziehen. Die suchen was langfristiges, sprich, sie wollen dir mit diesem Satz zeigen, dass sie gewillt sind, ein Commitment einzugehen. Die haben nichts, also sie sagen, ich bin offen dafür, eine Beziehung einzugehen, wenn das denn die richtige Person ist. Und wenn das nicht die richtige Person ist, ist es auch okay, wenn wir einfach nur vögeln. So interpretiere ich das. Und das finde ich absolut ehrlich und legitim. Ich sehe das genauso. Ich finde es nur, und ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich finde es hat so eine unscharmante Note, auch wenn es natürlich ehrlich ist. Im Sinne von, wir suchen doch alle was Festes. Der Mensch sucht immer nach Bindung. Leute, die sagen, ich möchte im Moment keine Beziehung, die reden ja scheiße, als wenn du dich davor schützen könntest. Der Mensch sucht Bindung. Derjenige, der sagt, er will keine feste Bindung haben, der ist ja einfach bindungsabstinent oder ängstlich oder was auch immer. Ich finde nur diesen Zusatz von offen für was kurzfristiges, ich finde den so unscharmant, dass du dir damit, glaube ich, die vom Hals hältst, die gescheit sind für eine feste Bindung. Denn, ich finde, du bist immer auf einer Dating-App und wahrscheinlich von zehn Dates, die du hast, hast du wahrscheinlich mit fünf Sex und die anderen fünf waren gar nichts. Die Wahrscheinlichkeit, eine feste Bindung zu finden, die ist ja eh sehr, sehr, sehr gering. Es sind ja mal gerade unter fünf Prozent aller Dating-App-User, die eine feste Bindung haben. Ist übrigens bei Homosexuellen genauso. Weniger als fünf Prozent. Also, dass mittelfristig da eh nur Schängele Mengele draus entsteht, das liegt ja auf der Hand. Muss ich das denn in mein Profil eintragen, um damit eventuell die ganze Excellence meines Profiles zu zerstören? Ich bin da kleinkariert. Also, ich bin der Meinung, dass dieser Mann, der das geschrieben hat, eventuell das Richtige meinte, aber die falsche Rhetorik genutzt hat. Und ich glaube nämlich, dass, was er eigentlich sagen wollte, ist, eigentlich bin ich zum Vögeln hier. Ich suche eigentlich was Kurzfristiges, aber bin auch offen für was Langfristiges. Ich glaube, der hat das genau verkehrt herum irgendwie kommuniziert, als er das gemeint hat. Und so kommt das nämlich auch rüber. Deswegen interpretierst du das auch so, von wegen, naja, aber mit diesem Nachtrag von, bin auch offen für was Kurzfristiges, der ist ja sehr unscharmant. Und ich glaube aber, dass das auch die wahre Message dahinter ist. Eigentlich will ich nur Vögeln, aber wenn die Richtige dabei ist, habe ich nichts gegen eine Beziehung. Verstehe ich voll. Ja. Also, unterzeichne ich. Das Problem, dass Männer einfach nicht richtig kommunizieren. Das ist das größte Problem. Ja, ich weiß, also ich würde mal behaupten, lass uns mal das Wort Kommunikation bei einer Dating-App in wie verkaufe ich mich eintauschen. Weil am Ende ist es ja ein Warenkatalog. Du bist ja nur noch ein Objekt bei so einer Dating-App. Also, wenn wir von einem Dating-Markt sprechen, von einem Warenkatalog, dürfen wir ja auch über das Verkaufen sprechen. Ich bin wirklich extrem negativ überrascht, wie viele Menschen sich sehr, sehr schlecht verkaufen. Das fängt an mit beschissenen Bildern und noch Grinnt zwischen den Zähnen, bis hin zu einfach wirklich schlechten Texten, schlechten Ausformulierungen, ungünstig angegebene Dating-Ziele. Ich verstehe das nicht. Weil ich glaube, dass echt feine Kerle und wahrscheinlich auch feine Frauen bei so Dating-Apps sich umhertreiben. Aber die bleiben alleine in ihrer Hütte hocken, weil sie nicht in der Lage sind, sich gescheit zu verkaufen. Weißt du, was ich mir jetzt denke? Bitte. Ich glaube, wir haben bestimmt die ein oder andere verlorene männliche heterosexuelle Seele, die uns zuhört. Wie auch immer die zu diesem Podcast kam, die nicht nur durch Frau und Stöckchen und keine Ahnung was zu uns kam, sondern uns einfach so gefunden hat. Und ich würde das ja jetzt mal ein wirklich interessantes, also ein super interessantes Experiment empfinden, wenn wir irgendwie einen Mann finden, der gerade auf Suche ist. Und der so ein bisschen Hilfe beim Online-Dating braucht. Wo wir sagen, du meldest dich bei uns, du zeigst uns mal dein Profil, deinen Katalog, den du nach außen stellst in deinen Dating-Apps. Und wir gehen das mal gemeinsam mit dir durch. Wir können das auch anonymisieren. Wir können deine Stimme verfälschen. Wir geben dir einen anderen Namen. Wir können dein Gesicht verpixeln. Alles kein Problem. Aber einfach mal so als Feldstudie. Das fände ich doch mal total interessant. Wenn sich da jemand melden möchte, meldet euch. Auf Instagram schreibt uns, wir würden das gerne mal zusammen durchgehen. Das wäre so interessant. Oder wenn an die Damen da draußen, wenn ihr einen Kumpel habt, und das ist genau so ein Problemfall, der kriegt es nicht hin, sein Profil ist furchtbar, höchstwahrscheinlich, wisst ihr ja vielleicht auch gar nicht. Der soll sich doch mal bei uns melden. Der kann sich doch mal bei uns bewerben. Das fände ich mal richtig. Ich würde schon fast behaupten, es würde ja jedem Mann gut tun, immer mal eine Frau kurz drauf gucken zu lassen. Also ob wir das jetzt sind oder nicht wir sind. Ich glaube, jedem Mann würde es irgendwie gut tun, wenn mal eine Frau so ein Auge auf so ein Dating-Profil wirft. Natürlich eine, die da Gefühl für hat. Und bei der Sache ist aber grundsätzlich, glaube ich, kann das nicht schaden. Ich würde schon fast in Erwägung ziehen, da ein richtiges Business draus zu machen. Männern und Frauen zu helfen. Aber glaubst du, dass Frauen auch ehrlich kommunizieren und gut kommunizieren, glaubst du, wenn es um die Kommunikation geht, dass das wirklich das Problem hauptsächlich der Mann ist? Ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen oftmals in ihrer Kommunikation Sachen für selbstverständlich halten, die ihrem Gegenüber aber gar nicht selbstverständlich sind. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel. Du, wir haben so ein, ich kann dir ein Beispiel nennen, wir haben ja so ein strukturelles Problem, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Wir erwarten ja immer, vor allen Dingen Frauen erwarten ja, dass Männer so sind wie Frauen. Und Frauen arbeiten ja gerne mit so Hidden Messages. So nach dem Motto, mir ist kalt, mir ist kalt, mir ist kalt. Aber eigentlich will sie sagen, kann mal jemand das Fenster zumachen? Und Frauen haben ja auch immer diesen Leitfaden im Kopf. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er wissen, was ich jetzt gerade will, was ich jetzt gerade brauche. Und ich bin ja eine Befürworterin davon, Männern klipp und klar und geradeaus zu sagen, was du gerade möchtest und was nicht. Selbst wenn das banale Dinge sind, wie zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Aufmerksamkeit möchtest, mach den Mund auf und sag, ich brauche jetzt heute mal Aufmerksamkeit. Die meisten Männer lieben das, wenn du das denen geradeaus sagst und die geben dir das dann auch. Also ich würde behaupten, dass das vieles einfacher macht. Aber Frauen sind ja noch sehr oft auf so einem Dampfer. Er muss das doch von alleine merken. Ich kann das nicht so ganz abstreiten, weil ja, wenn der Mülleimer voll ist und der fängt schon an zu stinken, musst du merken, dass da mal den Müll rausbringt. Weißt du, es gibt ja so Sachen, die selbstverständlich sind, die manchmal ja auch auf der Strecke bleiben. Aber grundsätzlich, ja, Frauen arbeiten gerne so mit so verkapselten Botschaften und rücken nicht mit der Sprache raus. Zwischen den Zeilen wird da gesprochen, ne? Yes, absolut. Denke ich auch. Maus, bist du bereit für Popkultur? Popkultur. Ich habe da ein paar Sachen mitgebracht, pass auf. Ich liebe es. Nur für dich, nur für dich. Liebe es, hau raus. Du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Stefan fucking Raab ist zurück. Und ich weiß nicht, wie ich darüber fühlen soll. Ihr habt es vielleicht alle mitbekommen. Der hat über die Osterfeiertage so ein Instagram, ich glaube, es war Instagram Reel rausgehauen. Von wegen, Elton sucht ihn auf einer einsamen Insel. Und man sieht Stefan Raab nur von hinten und hört die Stimme. Und Elton sagt, Mensch, das sind doch noch Rechnungen offen. Komm doch zurück, bla, 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 bla. Und Stefan sagt, diese Pamela Reif, das ist die größte Influencerin in Deutschland, in neun Millionen. Wenn ich es schaffe, in drei Tagen neun Millionen Follower zu generieren, dann komme ich zurück. Pustekuchen, es ist Ostermontag, drei Tage sind vorbei. Und er hat irgendwie nur so 2,7 Millionen, was auch schon beachtlich ist, 2,7 Millionen Leute geknackt. Und nicht die neun Millionen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, dann haben wir vielleicht Glück gehabt. Und er kommt nicht zurück. Wir haben unsere Ruhe vor ihm. Ja, und dann kommt das zweite Video, in dem Elton sagt, na, hat jetzt nicht ganz so geklappt mit den neun Millionen. Aber es ist ja trotzdem noch eine Rechnung offen, die beglichen werden muss. Und alle haben so gedacht, warum will er überhaupt zurück? Was ist die Sache? Was ist jetzt sein Ding? Also der ist doch reicher als Gott. Der hat doch irgendwie, hat er nicht damals für fünf Jahre so einen 100-Millionen-Vertrag mit ProSieben unterschrieben? Das war doch wirklich, also, und da hat ihm ja halb ProSieben gehört. Und jede Sendung, die in der Primetime war vor 10, 15 Jahren, war ja von ihm produziert auch noch. Also der hat ja Hunderte von Millionen gescheffelt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der reichste Mann im deutschen Fernsehen gewesen zum Zeitpunkt. Oder ist er aktuell? Und jetzt hat er gesagt, dass am 14. September nochmal ein Boxkampf mit Regina Halmi stattfinden soll. Und das finde ich so doof. Ich fand das damals schon doof. Ich finde es einfach doof. Also ich finde es aus verschiedenen Gründen doof. Erstens mal, wenn du zehn Jahre untergetaucht warst und jetzt zurückkommst, dann hast du vielleicht den Zeitgeist noch nicht richtig eingeschätzt, dass es erstens Boxen uncool ist. Sich gegenseitig auf die Rübe zu geben, ist scheiße. Und dann ist es auch nicht mal ganz der Zeitgeist, einer Frau eins auf die Rübe zu geben. Egal, ob das Regina Halmi, die, keine Ahnung, zigfache Weltmeisterin ist oder nicht. Ich finde das unnötig. Ich verstehe den Mehrwert nicht dahinter. Kannst du mal was sagen dazu? Ich habe mich so ein bisschen gefreut, um ehrlich zu sein, dass er sein Comeback probiert, weil ich Stefan Raab mag. Ich mag ihn. Ich finde ihn sympathisch. Und ich habe TV total auch noch, als ich zur Schule gegangen bin, total gerne geschaut. Ich fand es immer super witzig. Das war auch immer extrem mein Humor. Habe ich mich wirklich noch mal kaputt gelacht. Jeden Abend, Viertel nach zehn. Und muss natürlich auch dazu sagen, dass Stefan Raab auch ganz coole andere Sachen auf die Beine gestellt hat, wo wir ja manchmal gar nicht wissen, dass er das produziert hat. Ich durfte Stefan Raab ein paar Mal kennenlernen. Was? Ja. Erzähle ich dir mal im ruhigen Stübchen. Oh! Vor sehr, sehr vielen Jahren. Das ist ein sehr, sehr, sehr netter Mann, der sehr viel Wert darauf legt, sein Privatleben für sich zu behalten. Auch Frau und Kinder und so. Weiß man ja nichts. Absolut nichts weiß man. Und ich mochte Stefan Raab immer gerne. Allerdings, ich kenne ja nur die Oberfläche. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass er es probiert hat, zurückzukommen. Und ich sage dir mal ganz ehrlich was. Diese ganze Instagram-Welt, die langweilt uns alle ja zu Tode mittlerweile. Wir können diesen ganzen Quatsch ja alle nicht mehr sehen. Diese perfekten Leben mit ihren perfekten Kindern, ihren perfekten Familien und perfekten Gesichtern und so weiter, haben wir ja alle die Schnauze voll von. Und deswegen befürworte ich einfach jeden coolen Menschen, der versucht zurückzukommen. Jede Beauty-Bloggerin hat Millionen von Follower und macht eigentlich nichts, außer den ganzen Tag ihr Hab und Gut zu zeigen. Deswegen finde ich, kann Stefan Raab ruhig zurückkommen, auch in die Welt von Social Media und hat da auch mal ein paar Millionen verdient. Es haben auch mal coole Leute ein paar Millionen Follower verdient. Nichtsdestotrotz, ich bin mir nicht darüber bewusst gewesen, was sein Comeback jetzt beinhaltet. Höre ich von dir zum ersten Mal, dass es ein Boxkampf ist. Ich hätte gedacht, er kommt mit einer coolen Show zurück, die ich mir angucke. Hätte ich auch gedacht. Hätte ich Bock drauf gehabt. Pass auf, die Sache ist ja auch, ich bin da auch ein kleines bisschen im Zwiespalt. Ich habe das ja vor ein oder zwei Folgen schon mal erzählt, dass ich auch ein großer TV-Total-Fan war in meiner Jugend. Ich habe das immer geguckt, wir haben das gesuchtet, das war das Nummer-eins-Gesprächsthema in der Schule, wenn wir irgendwie morgens auf der Schulbank saßen. Aber jetzt in Retrospekt, wenn man sich das nochmal anguckt, was Stefan Raab da, was sein Humor wirklich bedeutet hat und wie er auf Minderheiten eingetroschen hat, noch und nöcher. Ich meine, man kann ihm zugutehalten, der hat sich über alles und jeden lustig gemacht, egal wer das war. Aber in diesem, ich mache mich über alles und jeden lustig, hat er halt auch keine Grenzen eingehalten. Und wenn man nochmal zurückschaut und da ist jetzt vieles aufgeploppt im Zuge seines geplanten Comebacks, da ist schon sehr viel misogyner Humor drin gewesen. Sich über Frauen lustig machen ohne Ende, sich über Transmenschen lustig machen, sich über sich in Blackface darzustellen als Bruce Darnell. Sich jahrelang andauernd über Schwule lustig machen, dass die immer die Punchline sind, immer der Joke sind. Das ist halt so ein Humor, der hat vor 15 Jahren funktioniert und wir sind aber jetzt inzwischen ein paar Jahre weiter und wissen, dass das nicht mehr so cool ist und dass man das Humor auch anders funktionieren kann, ohne sich über Minderheiten lustig zu machen, die es sowieso schon nicht so ganz einfach haben im Leben. Und da finde ich das irgendwie, das ist das Gleiche wie mit dem Bulli, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Weil ich glaube nicht, dass Stefan Raab anders funktioniert. Hat er was dazugelernt? Macht er das jetzt anders? Wird er es genauso weitermachen? Wenn er es genauso weitermacht, hat er ja trotzdem immer noch sein Publikum. Weil, sind wir mal ehrlich, der Durchschnittsdeutsche ist immer noch irgendwie nicht ganz so pfiffig, dass ihm Minderheiten interessieren. Und dass man sich immer noch über eine Transfrau, über einen Schwulen und über einen Ausländer lustig macht, das ist immer noch gang und gäbe, weißt du? Und da habe ich halt Angst davor, dass er da wieder Nährboten gibt dafür. Ich glaube nicht. Also ich finde nur, weil jemand über die Stränge geschlagen hat und das war nun mal der Humor der 90er, 80er, der 2000er, dürfen Menschen ja noch eine zweite Chance bekommen, um es vielleicht besser zu machen. Und Anke Engelke hat mal sehr schön gesagt, ich habe ja ihren Masterkurs mitgemacht. Ich besuche ja so Online-Masterclasses, kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Ich habe die amerikanische Version abonniert und auch die deutsche. Das ist auch eine sehr schöne Geschenkidee. Und ich habe unter anderem Anke Engelkes Masterclass besucht, virtuell. Und da hat sie über ihren Beruf als Komedien gesprochen und sie hat gesagt, dass Witze, die sie zum Beispiel früher bei Ladycracker gemacht hat, die könnte sie heute nicht mehr machen. Die möchte sie auch heute nicht mehr machen, weil es in jeder Art und Weise falsch war. Und sie hat sich sogar aufrichtig dafür entschuldigt, wenn sie Grenzen anderer Menschen überschritten hat, wie zum Beispiel Menschen nachzuahmen, nachzuäffen, sich asiatisch schminken zu lassen und so, um da so Witze drüber zu machen. Das würde sie heute nicht mehr tun. Und ich finde, dass es damit halt eben auch okay ist, genauso wie Bulli und der Schuh des Manitou, Homosexuelle nachzumachen. Das ist ja ein Kassenschlager gewesen, dieser Kinofilm. Nichtsdestotrotz. Und ich bin sehr vorsichtig jetzt mit meiner Aussage und ich kann auch nur für mich sprechen. Und das heißt nicht, dass ich Menschen ihre Wut oder ihr Missempfinden absprechen möchte. In meiner Schublade, in der ich bin, was dieses Trans betrifft, ich kann Dinge auch ruhen lassen. Ich kann viele Dinge nicht persönlich nehmen. Ich kann auch über viele Dinge lachen, die mich betreffen. Ich kann über die Szene lachen in Hangover, wo es um die Transsexuellen in Thailand geht mit Penis und Ladyboys und so. Mich tangiert das nicht. Ich kann, ich bin aber auch komödiantisch auf einer anderen Ebene, weil es auch mein Beruf gewesen ist. Dennoch finde ich, Stefan Raab kann ruhig zurückkommen und es versuchen einfach besser zu machen. Ich glaube, dass Humor nicht mehr so funktioniert, wie er das einst getan hat. Ich habe mit Enisa Armani ein Special darüber gedreht für den ARD. Was ist eigentlich Comedy und wie funktioniert Comedy heute und früher? Aber ich glaube, dass Menschen, die richtig pfiffig sind, das heute immer noch ganz gut könnten. Ich traue das Stefan zu. Okay, das würde ich mir wünschen. Denn wie du gerade gesagt hast, wie Anke Engelke damit umgegangen ist, das ist genau der richtige Weg. Die hat das eingesehen, die hat sich aber auch dazu geäußert. Und ich glaube halt zum Beispiel, dass ein Stefan Raab sich bei einem Comeback nicht zu seinen jahrelangen Fehltritten äußern würde. Seid mir nicht böse, liebe Zuhörerinnen da draußen, die Stefan-Raab-Fans sind. Ich traue ihm das einfach nicht zu, weil ich glaube eher, dass er… Muss er das denn? Ich fände es schon angebracht zu sagen, so hey, okay, das war irgendwie ziemlich kacke in der Vergangenheit, aber wir machen jetzt anders weiter. Wie das halt eine Anke Engelke auch sagt, die hat ja auch Stellung dazu bezogen, weißt du? Ich glaube trotzdem, dass das viele Leute aus der Comedy-Industrie oder aus der Unterhaltungsbranche nie getan haben. Weißt du, es ist so viel schiefgelaufen auf der Welt, Jahre über Jahre über Jahre, in jeglichen Sparten. Und für mich ist es nicht notwendig, dass Leute, ich sage das jetzt vorsichtig, dass Leute sich in die Mitte des Raumes stellen und sagen, sorry für das, was ich getan habe, ich mache es jetzt anders. Mir ist es einfach nur wichtig, dass ich sehe, dass sie es jetzt anders tun. Bei mir gehen aber auch Taten über Worte. Das reicht mir dann schon vollkommen. Weil rückgängig machen können wir es doch sowieso nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass es jemand anders macht, ist das für mich das größte Zeichen, dass da jemand reflektiert hat. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, wo ein Entschuldigung oder ein Sorry, weißt du, man muss nicht immer Entschuldigung sagen, man muss nicht immer Sorry sagen. Mach es einfach anders. Das Kind ist ja sowieso im Brunnen gefallen. Okay. Ja, kann ich unterschreiben. Bin ich bei dir. Also wie gesagt, ich war ein Riesenfan früher, habe mich aber weiterentwickelt. Und wenn er jetzt zurückkommt und das irgendwie alles cool ist am Ende. Ich bin ja auch der größte Fan von zweiten und dritten und auch vierten Chancen. Glaubst du, dass so eine Sendung wie Ladykracher zum Beispiel, dass sie das heute noch machen könnte? Ja, natürlich. Du könntest halt einfach alles, was irgendwie, du müsstest ja die Asiatin nicht danach machen, weißt du. Du kannst ja auch die Ute von nebenan vom Bäcker, das hat sie ja auch gemacht. Die kannst du ja auch irgendwie lustig porträtieren, weil du machst dich ja über Stereotypen lustig. Und in dem Moment, wo du dich über Stereotypen deiner eigenen Kultur und deiner eigenen Identität und sowas lustig machst, ist es ja vollkommen okay. Es ist halt immer nur ein bisschen schwierig, wenn du in einer Welt, wo es gewisse soziale Gefälle gibt aufgrund von Hierarchien, die irgendwie aufgebaut worden sind, wenn du dann nach unten trittst. Das ist halt das Problem. Und sie kann das aber auch trotzdem gut auf Augenhöhe immer noch weiterhin machen, bin ich der Meinung. Und ich glaube, dass Ladykracher hat ja nicht nur davon gelebt, dass sie diesen asiatischen Charakter hatte und den einen Charakter und so, sondern die hat ja viele Charaktere, die auch immer noch funktionieren, irgendwie gehabt. Also ich glaube, das könnte man immer noch machen auf eine Art und Weise. Weil ich fand das auch cool. Ich fand das auch super lustig. Die ist halt unglaublich talentiert. Die kann großartig verschiedene Charaktere darstellen. Also wie ein harpe Kerkeling, weißt du, der hat das ja auch geschafft, ohne jemals irgendwie rassistisch zu sein in seinen Charakteren. Glaube ich zumindest. Also ich bin jetzt nicht über sein komplettes Lebenswerk komplett informiert, aber das, was ich so von ihm kenne, das war ja immer im eigenen Kulturkreis sich bedient und sich drüber lustig gemacht. Und ja, das könnte eine Anke Engelke genauso. Aber wenn wir von Kultur und sich drüber lustig machen, sprechen, ich komme nicht drumherum mit dir ganz kurz über die Passion auf RTL zu sprechen. Genau. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Das ist ja jetzt zum zweiten Mal ausgestrahlt worden. Da wurde die Passion Christi nachgespielt auf RTL live von Menschen wie einer Jenny Elvers, die dann die Blinde am Straßenrand ist, die von Jesus geheilt wird und wieder sehen kann. Und Jimmy, Blue Ochsenknecht. Wir sind ja große Fans der Ochsenknecht-Familie, haben wir auch schon oft gesagt. Sekunde kurz, stopp. Du meinst aber nicht das Schaustück, wo Nadia Benaissa die Maria gespielt hat. Das war nochmal was anderes, ja? Doch, ich glaube, das ist das. Das kann schon sein. Das war so auf so einer großen Live-Theaterbühne. Ja, wo es geregnet hat. Genau, ja. Und das haben die jetzt wieder gemacht, dieses Ostern. Und du weißt ja, du bist ja informiert, dass Jimmy, Blue Ochsenknecht so ein bisschen in Ungnade gefallen ist, ne? Wegen diesem Kind, um das er sich angeblich nicht kümmert. Und dann auch in der Familie gibt es da Stunk deswegen. Und so ein bisschen der Aussätzige aktuell bei den Ochsenknechts und auch in den Medien. Und jetzt hat Jimmy, Blue Ochsenknecht. Also das ist wirklich marketingtechnisch. Smarter ging es nicht. Der hat bei der Passion den Judas gespielt. Den Verräter. Ich finde das so lustig und aber auch bezeichnend. Du musst mir kurz helfen. Hol mich mal kurz ab. Die haben die Passion Christi als Live-Theaterstück nachgespielt. Aber nicht als Karikatur, sondern ernsthaft. In die heutige Zeit reingebracht. Ah, okay. Also die haben das nicht, dass sie sich verkleidet haben nach, es ist jetzt das Jahr 30 oder so, nach Jesus. Sondern die haben das so gespielt, als würde das heute stattfinden mit Charakteren aus dem Alltag. Mit einem Polizisten und keine Ahnung was. Mit Jenny Elvers. Und Jenny Elvers hockt halt da in ihrem Trenchcoat mit einer Sonnenbrille auf am Straßenrand. Und dann kommt halt Jesus um die Ecke und kniet sich zu ihr nieder. Wer hat denn Jesus gespielt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Da waren auch ganz viele Menschen dabei, die mir kein Name sind, die mir nicht geläufig sind. Und was macht Jesus dann? Ja, und er kniet sich halt zu ihr nieder und spricht dann aber auch so in Bibelfersen mit ihr. Und dann hat sie wieder gesehen. Und dann hat sie wieder gesehen. Und dann bedankt sie sich bei ihm. Und dann geht er halt weiter. Also es war wirklich, ich habe nicht das komplette Ding gesehen, weil ich das einfach so furchtbar fand. Ich habe nur auf TikTok so Ausschnitte immer wieder mal gesehen. Und mit jedem Ausschnitt, wo ich gesehen habe, habe ich gedacht, wow, ist das cringe. Wo hat RTL diese ganzen Leute gefunden, die gesagt haben, geil, da mache ich mit. Wow. Also wie, also das ist mir ein Rätsel. Hm. Weil das war beim ersten Mal schon furchtbar. Ich weiß, also ich habe das noch nie so gesehen. Ich sehe das immer so aus einer anderen Perspektive. Stell dir mal vor, du hast diese Anfrage im E-Mail-Postfach von der RTL-Produktion. Die sagen, möchtest du bei diesem Live-Ostertheater mitspielen? Und du spielst dann zum Beispiel jetzt einen der Heiligen Drei Könige. Im ersten Moment würde ich, du weißt wahrscheinlich noch gar nicht, wer mitspielt und so. Und dann kommst du das erste Mal zum Rehearsal, zur Probe, guckst in die Runde und denkst dir, ah ah, ah ah, what did I sign up for? Ja, so ging es mir bei The Fifty. Ich habe noch keine einzige Folge jetzt geschaut von The Fifty. Möchte ich auch gar nicht, weil du hast ja vorletzte Folge erzählt, dass es schon sehr, sehr Trash-TV-lastig ist. Und das habe ich bei diesen ganzen kleinen Videos, die im Internet umher schwirren, jetzt auch gesehen und wusste, was du meinst. Das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ja. Ja, ich finde natürlich dann auch immer Sätze interessant, wie, die da so gesprochen werden, wofür man da mitmacht. Und Leute machen da ja nur mit, damit sie ein Zeichen setzen. Nee, du bist beim Trash-TV, du brauchst für mich kein Zeichen setzen. Nein, danke. Ja. Brauchst du nicht. Aber ja, genau, ähnlich Trash-TV fand ich auch die Passion Christi bei RTL und verstehe es nicht. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr das gesehen habt da draußen, gebt uns nochmal Feedback. Fandet ihr das cool? Findet ihr das, ich weiß nicht, diese Geschichte in die heutige Zeit zu transportieren, braucht es das? Ich bin ja sowieso Atheist durch und durch und daher ist das für mich ja nochmal, hat es eine ganz andere Bedeutung, glaube ich, als an Leute, die auch nochmal gläubig sind. Und Leute, die an Jesus und Gott und sowas glauben, die auch religiös sind. Wie ist das denn für euch? Das würde mich mal interessieren. Findet ihr das cool? Findet ihr das auch cringe? Findet ihr, weiß nicht. Das würde mich mal interessieren. Du, wie war denn eigentlich dein Ostern? Weil, dann würde ich auch gerne mal mit dir über einen anderen Punkt sprechen. Aber ich möchte mal wissen, wie so dein Ostern war. Ustere. Mein Ostern war, das war ja jetzt am Wochenende. Ich war mit meinem Freund, weil es war ja wunderschön, das Wetter. Es war richtig toll. Wir hatten irgendwie 23 Grad. Den ganzen Sonntag und Montag? Nee, den ganzen Samstag. Das fällt bei mir auch noch zu Ostern, weil dieser Freitag war K-Samstag. K-Samstag. Ich glaube, es ist K-Samstag. Nee, nee, es ist K-Samstag. Doch, es heißt K-Samstag. Wirklich? Ich dachte, es gibt nur einen K-Freitag. Nein, nein. Denn K-Samstag ist bei uns in Rheinland-Pfalz auch Totentanz. Da darfst du auch nichts machen. Das ist bei uns am Freitag. Ja, Freitag ist überall, aber in manchen Bundesländern auch der Samstag. Okay, auf jeden Fall waren wir samstags in der sächsischen Schweiz. Wir sind dreieinhalb Stunden mit dem Auto in die sächsische Schweiz. Kenne ich. Wunderschön. Wunderschön. Ich habe das seit Jahren, sage ich Ihnen, dass ich möchte in die sächsische Schweiz, weil das so schön aussieht. Und das ist ja direkt dort an der Elbe. Hast nöcht gepostet darüber? Nee. Habe ich für mich behalten, so ein bisschen. Aber sowas Schönes musst du teilen. Ich habe das kurz gepostet und dann war ich aber wieder im, oh, ich muss ja eigentlich Promo für meine Single machen, die heute rauskommt, wenn ihr das hört, am Freitag, am 5. April. Wenn ihr es noch nicht getan habt, streamt Matrix, meinen neuen Song. Und ich bin da gerade in Promophase und ich habe gelernt, wenn du eine Story machst, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass meine Views so krass hochgegangen sind. Wenn du eine Story machst, dann musst du die komplett auslaufen lassen und nichts posten danach. Also eigentlich darfst du nur einmal was posten und dann wirst du belohnt, weil dann viel mehr Leute die Story schauen. Und dann erst, wenn diese Story abgelaufen ist, das nächste posten, dann kriegst du wieder unglaublich viele Zuschauer. Und dann habe ich gemerkt, ah scheiße, ich will ja meine Single promoten, wenn ich jetzt die Sächsische Schweiz in der Story habe. Und fünf Stunden später die Single promote, wird das nicht so gut performen, wie wenn ich jetzt die Sächsische Schweiz wieder lösche und dann die Single promote. Deswegen hat man es nicht mitbekommen. Aber ja, es war wunderschön. Wunder, wunderschön. Und dann am Sonntag haben wir gechillt und Montag, ich weiß gar nicht, wir haben nichts Besonderes gemacht. Habt ihr dort geschlafen? Nee, wir haben nicht dort geschlafen, aber ich möchte jetzt am Wochenende, weil es kommt ja wieder ein schönes Wochenende auf uns zu, da möchte ich an die Ostsee, möchte ich eine Nacht an der Ostsee verbringen. Oh, toll. Ja. Oh, schön. Und jetzt darfst du erzählen, wie war dein Ostern? Zum Kotzen langweilig. Also ich bin ja mittwochs aus London zurückgekommen in einer Katastrophe. Ich habe es ja bei Instagram erzählt, es war ja wirklich, wirklich eine Katastrophe. Vom leeren Tank beinahe auf der Straße liegen geblieben, bis Hausschlüssel nicht mit dabei gehabt, bis Auto nicht gefunden. Also es hätte alles nur schief gehen können, was schief gegangen ist. Aber Lori Haberkorn hat es ja bereits mehrfach gesagt, der April ist ein furchtbarer Monat, Merkur ist rückläufig, es werden nur Katastrophen bei uns allen passieren. Wir müssen versuchen, den April durchzustehen. Merkur ist rückläufig. Okay, nehme ich so hin. Naja, und dann war ja der Donnerstag, da ist nicht viel passiert und dann kam ja Karfreitag. Okay, Karfreitag geht nichts. Dann kam der Karsamstag, da hatten zwar die Geschäfte wieder auf, aber es ist trotzdem Partyverbot. Da saß ich zu Hause und habe mir gedacht, nee. Dann kam Ostersonntag, saß ich bei meiner Familie, war auch... Also die halten sich dran? Da wird dann wirklich, die Clubs haben zu? Nee, darfst du ja nicht. Wenn du einen Club aufmachst, da kommt das Ordnungsamt. Das ist verboten. Das kannst du doch nicht verbieten. Ich habe gehört von einigen, dass in Koblenz trotzdem einiges los gewesen ist. Einige haben dann Musik laufen lassen, aber es ist ja offiziell nur... Ja, ich glaube in Koblenz hätte ich mich mal ein bisschen mehr hinter die Recherche gesetzt, hätte ich auch rausgefunden, wo Party ging. Sonntag war ich dann bei meiner Familie, das war auch ganz süß. Abends war ich dann feiern, aber es war gar nicht so viel los. Ich hätte gedacht, es ist wie Heiligabend. Heiligabend sind die Clubs ja ab Mitternacht brechend voll. An Ostern war gar nichts los bei uns in der Stadt. Ich wohne halt auf dem Dorf. Naja, dann kam Ostermontag, da habe ich auch nur hier rumgehangen, bin spazieren gegangen. Und ich sage dir was, diese ganzen Ostertage, die haben mich richtig umgehauen. Das war mir einfach zu langweilig. Ich verspüre ja eh manchmal so eine Lebenslangeweile. Ich habe ja Bock, was zu erleben. Das ist Koblenz, Nicolette. Du hast hier den falschen Wohnsitz ausgesucht. Du musst wohin, wo du mehr erlebst. Das kann doch nicht sein. Zum Beispiel, ich möchte jetzt, wink mit dem Zaunpfahl. Ich war Ostermontag bei einem Live-Podcast. Habe ich mir einfach mal gegönnt. A, aus Recherchezwecken. Gag, der Podcast von Ivanka und Robin, die ja jetzt aufgehört haben nach vier Jahren. Ich habe gedacht, erstens mal aus Recherchezwecken, weil ich der großen Meinung bin, wenn jemand, der in seinem Fach erfolgreich ist und das Gleiche macht wie du, wenn der in deiner Nähe ist und da eine Show macht oder was auch immer, geh hin und schaust dir an. Erstens mal, weil man seine Kollegen unterstützt. Und zweitens mal, weil man nur dazulernen kann und gucken kann, wie machen andere das, bla 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 bla. Und deswegen war ich da. Und das gibt es bei uns an einem Ostermontag. Die Clubs waren auch das ganze Wochenende offen. Du konntest tanzen, du konntest feiern, du konntest seit Montag auch kiffen. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Kommen wir jetzt gleich dazu, ne? Deswegen, ich sage dir, du bist einfach in der falschen Stadt. Ich glaube, du bist irgendwie in der richtigen Stadt, aber halt irgendwie auch wieder nicht. Ja. Du, ich bleibe ja bei meiner Aussage, ich will auch gar nicht immer auf Koblenz rumreiten. Das ist ja auch unfair. Ich wohne ja freiwillig hier. Ich liebe Koblenz, wunderschönes Stadtbild, alles preiswert. Es ist wirklich romantisch und ein Traum. Nach über zehn Jahren immer noch wie Urlaub. Aber es ist so viel verbrannte Erde. Ich habe so alles abgegrast. Auch wenn du im Club bist, immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Menschen. Alle Männer schon durch. Alle, ja, die ganzen Opfer, die übrig geblieben sind, die mit Ende 30 keiner mehr will. Keine eigene Familie geschafft, keine Partnerschaft. Just like me. Es ist wirklich, so Tapetenwechsel tut schon mal ganz gut, ne? Ja, ich will aber auch jetzt gar nicht wieder um Koblenz rumjammern. Das hat die Stadt auch nicht verdient. Aber mein Ostern war halt grottenlangweilig. Aber du sagst es, dieses Wochenende erwarten uns Mitte 20 Grad, 24 Grad am Samstag. Und eine Freundin kommt von mir aus Köln und wir gehen wandern und picknicken und wollen abends wieder in die Dorfdisco gehen. Ich habe mein Wochenende gut verplant, damit ich nicht vor Langeweile wieder verrecke. Verrecke. Aber warum denn? Was ist denn mit deinen Freundinnen? Sind die alle busy oder sind die so unspontan oder rufen sie gar nicht das an? Was ist denn da Sache? Naja, du weißt ja, wie das in der Hetero-Welt ist. Die eine Hälfte der Freundinnen ist natürlich vergeben. Ach so. Ja, die sind dann mit ihrem Partner unterwegs, mit der Familie oder haben vielleicht schon Kinder. Du, die Vergebenen, die haben ja gar kein Auge mehr für die Singles. Die haben ja kein Auge mehr für die Singles. Und dann die anderen, die Singles sind... Machen die nur so Pärchen-Scheiß mit anderen Pärchen? Schon viel, aber das ist ja auch kein Vorwurf. Ich würde das wahrscheinlich auch so machen. Ja, du kannst dich da anschließen, aber die machen ja nichts Spannendes mehr. Sorry, alle Vergebenen, dass ich das sagen muss. Ihr macht ja auch nichts Spannendes, ne? Ich bin da die Ausnahme. Ich fahre in die Sächsische Schweiz. Ich fahre zum Leidverkauf. Wandern. Ja, aber... Ich wäre mitgekommen. Ja, du hättest eine längere Anreise gehabt als, keine Ahnung, bis nach London. Das stimmt. Naja, und die Single-Freundinnen, die ich habe, die schauen natürlich auch, dass sie rechtzeitig verbucht sind, ne? Wenn du Single bist, musst du eine Woche im Voraus gucken, dass dein Wochenende verbucht ist. Ansonsten huckst du da. Ja, hast du jetzt Pläne fürs Wochenende? Ansonsten fährst du mit uns an die Ostsee. Ich habe Pläne fürs Wochenende. Ich bekomme ja Besuch aus Köln, wie ich gerade schon gesagt habe. Aber für die Ostsee habt ihr Bombenwetter, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es an der Ostsee halt Scheißwetter ist. Ne, ne, wird gut. So, also ab ans Eingemachte. Kiffen. Ab 1., seit 1. April kannst du kiffen, aber mit so vielen Restriktionen, dass du es eigentlich irgendwie doch nicht kannst. Also, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich das ein oder andere Mal das ausprobiert und genossen habe. Und aber auch irgendwie gar nicht vertrage, weil ich sofort paranoid werde und sofort irgendwie denke, ich sterbe. Und wirklich schon ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht habe. Ja, du kannst seit 1. April jetzt kiffen. Und das war ja so das Ding, dass die Grünen unbedingt durchboxen wollen, haben es jetzt durchgeboxt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und alle fanden das okay und fanden das gut, bis auf Markus Söder. Denn Bayern treten natürlich durch, die finden das ganz, ganz schlimm und haben gesagt, das kann nicht sein. Das ist so, das ist ganz, ganz schlimm und die Kriminalität wird jetzt steigen und unsere Kinder, man muss doch an die Kinder denken. Und ich finde das alles so lächerliche Argumente, weil ich mir denke, also bevor du erstmal sowas wie Kiffen oder THC-Konsum, der wirklich, der bringt dich runter, der macht dich total chillax und du bist einfach die entspannteste Person auf Erden. Und dann schaust du dir an, wie in Bayern gesoffen wird, allgemein Deutschland, aber nochmal explizit in Bayern wieder gesoffen wird, wie gerade während des Oktoberfestes, wie viele Straftaten da begangen werden unter Alkoholkonsum. Und das ist, ich finde das irgendwie ein bisschen Doppelmoral. Du sagst, Kiffen auf keinen Fall, die Kinder, aber wie viele Kinder darunter leiden, weil ihre Eltern Alkoholiker sind, weil Straftaten unter Alkoholkonsum begangen werden. Das ist so, ich weiß nicht, nur weil das schon Tradition hat. I don't know, das Kiffen tut doch jetzt wirklich niemandem weh. Das ist meine Meinung. Und ich glaube auch, dass es Quatsch ist, zu sagen, das ist eine Einstiegsdroge. Alles kann eine Einstiegsdroge sein, weißt du. Und wenn du, I don't know, du bist ja wahrscheinlich noch besser informiert als ich, weil du da tiefer in der Materie bist, durch deine Erfahrungen. Ja, also eigentlich mal gar nicht so. Ich kann das nur befürworten, was du da sagst. Das sind meine Worte. Weißt du, wir können nicht Alkohol legalisieren. Eines der schlimmsten Drogen, die wir weltweit haben, die so schnell zugänglich sind, die für so viel Aggressionspotenzial auch sorgen, die für so viel Unheil auch sorgen. Gerade in Bayern, wo so viele sexuelle Übergriffe unter Alkoholeinfluss stattfinden, wo Alkohol so zelebriert wird. Ich glaube, nirgendwo wird das Bier so zelebriert wie in Bayern, vor allen Dingen am Oktoberfest, aber auch außerhalb. Da ist es ja schon ein Kulturgut zu saufen und dann aber zu sagen, das Kiffen, was ja meiner Meinung nach, ich bin aber keine Expertin, in vielerlei Hinsicht ja auch noch einen natürlichen, bei zum Beispiel Parkinson-Patienten ja auch noch einen heilenden Aspekt hat, zu unterbinden. Das ist doch wieder Quatsch. Und wenn jetzt einer sagt, aber wo fangen wir an und wo hören wir auf, gibt es meiner Meinung nach eine ganz klare Antwort. Entweder gar nichts oder am Ende alles. Weil du kannst nicht sagen, wir machen das so, aber dann so, aber dann so. Dann musst du alles ausradieren und sagen, das machen wir jetzt nicht, dann findet es aber trotzdem hinter vorgehaltener Hand statt. Und ich kann euch sagen, als eine, die ihre eigenen Erfahrungen mit Drogen gehabt hat, wo das auch außerordentlich eskaliert ist, wo ich auch wirklich professionelle Hilfe am Ende gebraucht habe, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie einen Joint angerührt. Ich habe meinen Hasch-Muffin gegessen, der war krasser als jedes Speed und Kokain, was jemals in meinem Körper war. Ich sage das jetzt mal so, wie es ist, aber für mich hat es niemals einen Joint gebraucht, um an härtere Drogen hinterher ranzukommen oder die Versuchung zu brauchen. Wir müssen da einen großen Unterschied machen. Und ich verstehe auch gar nicht die Diskussion, weil wir haben doch Vergleichsländer, die man statistisch gesehen zurate ziehen kann, wie zum Beispiel Holland und so weiter. Es gibt doch Zahlen, die zeigen, dass das gesellschaftlich keinen negativen Einfluss hatte im Sinne von, dass es schlimmer wäre als Alkohol. Deswegen habe ich die Diskussion auch gar nicht so verstanden. Was ich ein bisschen erschreckend fand oder erschreckend ist das falsche Wort, lassen Sie es mal wieder unscharmant nennen, ist, dass am Brandenburger Tor diese Menschenmassen waren, die gejubelt haben. Also sorry, das ist natürlich schon, wie du immer so schön sagst, ein Klamauk gewesen. Das ist natürlich ein Kasperle-Theater. Also an alle Menschen, die beim Brandenburger Tor waren und dem Ganzen zugejubelt haben. Es ist schön, dass ihr da wart, aber wir brauchen euch noch bei ganz anderen Dingen in der Gesellschaft, wo ihr mal Flagge zeigt. Das fand ich ein bisschen lächerlich, aber ansonsten, just let them do it. Just let them have it. Ich verstehe halt auch das Argument mit, aber die Kinder, aber die Kinder nicht. Man muss doch die Kinder schützen. Wovor denn schützen? Naja, die Kinder packen doch auch sonst keine Zigarette an, oder nicht? Die ist doch auch scheiße. Eben. Du glaubst doch nicht, dass sich ein Zwölfjähriger da hinstellt und da jetzt irgendwie den Bubatz anzündet. Unglaublich. Selbst wenn, dann macht er das auch, wenn es illegal ist. Sie machen das nicht mehr oder weniger, als sich ein Wodka reinhauen oder eine Mahlbüro zu qualmen. Also ich meine, wir müssen natürlich abwarten, was die nächsten Jahre zeigen. Die Deutschen sind ja auch manchmal ein bisschen Delulu, was manche Sachen betrifft. Aber ganz ehrlich, ich glaube auch, dass diese riesige Diskussion, die darum gemacht wird, dass die gar nicht notwendig ist. Und man muss auch noch mal, wenn man sagt, man muss doch die Kinder schützen, man muss mal dran denken, dass du Bier ab 16 Jahren konsumieren darfst. Du darfst mit 16 Jahren schon Sekt und Bier trinken. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie sich die Kids damit voll saufen. Also ich ja eingeschlossen, du keine Ahnung. Aber was ich als Teenager mit 15, 16 mir wirklich hinter die Binde gekippt habe, weil ich gedacht habe, so macht man das, wenn man erwachsen ist. Und das ist ja cool und da passiert nichts. Aber man ist halt einfach nicht informiert. Deswegen würde ich sagen, wenn du die Kinder schützen willst, dann fang doch da mal an. Ja, das ist auch so krass, alleine wenn du Probleme oder Imageängste hast, wofür sind die Deutschen denn weltweit bekannt? Neben Dirndl, Lederhosen, Brezeln fürs Bier saufen. Die Leute auf der ganzen Welt erwarten von den Deutschen, dass sie Bier saufen. Und wenn du sagst, du kommst aus der Pfalz, da wissen sie ganz genau, da gibt es einen guten Riesling. Also dafür sind die Deutschen weltweit bekannt. Und ich glaube, dass der Grad zur Tüte Gras, dass der ganz, ganz schmal ist. Und ich möchte nochmal an der Stelle sagen, zwischen den ganz harten Drogen und Haschisch oder Gras oder Weed oder wie man es nennt. Ich glaube, man kann das synthetisch und natürlich nochmal trennen, oder? Also absolut. Die synthetischen Dinger sind doch, das ist ja holler. Absolut, das kannst du gar nicht vergleichen. Und den Vergleich, den würde ich mir auch verbieten. Das ist, nee, nee, nee. Ja, gut, Thema abgespeist. Thema abgespeist. Maus, ich habe nochmal was für dich. Ich möchte eine neue Kategorie einführen. Du siehst, ich bin ein bisschen dabei, ein bisschen mehr Struktur an diesem Podcast zu bringen, was ich am Anfang schon hatte und dann nachgelassen habe. Jetzt pass auf. Ich habe mir gedacht, wir können uns doch hin und wieder mal, wenn wir was Lustiges finden, wo wir denken, Mensch, das weiß die andere Person ganz bestimmt nicht. Dann können wir so ein bisschen, genau, dann können wir, oder vielleicht auch nützig, dann können wir doch mal das Rumpelstilzchen spielen lassen. Pass auf. Okay, ich muss, glaube ich, nochmal an der Abmischung ein bisschen arbeiten. Warner Brothers. Das hörte sich bei mir auf den Kopfhörern ohne Podcast noch anders an. Aber das mische ich nachträglich nach. Das hat dir der Teufel verraten, heißt unsere neue Kategorie. Okay, und ich dachte mir, ich lasse dich aus gegebenem Anlass, weil das jetzt gerade vor ein paar Tagen war, mal kurz raten, woher kommt denn eigentlich der April-Scherz, Nicolette? Weil ich finde April-Scherz super cringe, können wir auch kurz drüber sprechen. Ich finde April-Scherze ganz, ganz furchtbar. Das ist wieder Klamauk, es braucht kein Mensch. Es wird ganz oft dafür genutzt, total unangebrachten Humor wieder vorzubringen. Allein wenn diese ganzen, das hatten wir ja die letzten Jahre, dass sich irgendwelche hetero-Trash-TV-Boys sagen, ich bin schwul und am nächsten Tag April, April. Nee, ist nicht lustig. Oder auch dieses, ich bin schwanger, auch nicht lustig. Ja, ich weiß es nicht, wo das herkommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich aus einem Zufall heraus entstanden ist, oder? Na, hast du so eine Idee, was es sein könnte? Nee, sag mir mal, wie viele Jahre es zurückliegt, der Ursprung? Also, das kann man auch nicht so genau sagen, denn ich kann es ja gerne, also wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Man sagt so, ganz viele Quellen gehen ins Mittelalter rein. Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Okay, also ich habe mal bei Wikipedia geguckt, die Wissensquelle meines Vertrauens nach TikTok und es gibt verschiedene Überlieferungen. Ich habe mal zwei rausgesucht. Die erste sagt, der 1. April gilt in manchen Überlieferungen als Geburts- und oder Todestag von Judas Iskariot, der Jesus von Nazareth verriet. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, der Jimmy Blue Ochsenknecht. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag, an dem man sich besonders vorsehen müsse. Ja, finde ich jetzt wieder ein bisschen, verstehe ich nicht, was es dann mit der heutigen Tradition des Scherzes auf sich hat, aber okay, was Biblisches. Dann gibt es eine zweite Überlieferung, in der es heißt, eine vor allem in der islamischen Welt bekannten Theorie zum Ursprung des April-Scherzes führt die Herkunft des Brauchers auf die Eroberung des letzten maurischen Bollwerks in Granada durch spanische Katholiken zurück, die angeblich am 1. April stattgefunden habe. Diese sei ein Streich gewesen, weil die katholischen Angreifer die Pietät und damit die Moral und Kampfkraft der Verteidiger im Laufe der Jahre unterminiert hätten, was auch immer das Wort in dem Zusammenhang heißt, die dann in den Streich am 1. April gemündet sei. In Wirklichkeit wurde Granada am 2. Januar 1492 übergeben. Also es ist alles sehr weit hergeholt, kein Mensch weiß, wo der 1. April dieser April-Scherz herkommt und ja. Na, was ist das denn jetzt für eine Kategorie? Ich dachte, du sagst mir in zwei Sätzen, wo jetzt dieser April-Scherz herkommt. Nein, so einfach ist das nicht immer. Okay, na gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Hauptfolge jetzt mal Hauptfolge sein und starten ins Dessert. Ja, haben wir schon so viel gelabert? Na, eine Stunde. Wir brauchen eine Stunde zehn immer. Echt? Ja, aber ist okay, wir können jetzt trotzdem ins Dessert gehen schon. Wie sollen sie ins Dessert kommen? Ich habe nichts Schlaues mehr zu sagen jetzt in der Hauptfolge. Fürs Dessert habe ich mir noch was aufgehoben. Echt? Ja, okay, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein Fest. Thank you. Habt ein wunderschönes Wochenende und der April ist da. Los geht's. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.